Nach fast 25 Jahren gibt es endlich ein neues Vibraphon aus dem Hause Yamaha, das YV-2030MS. Wir sehen sie uns an. Hi, ich bin Andreas von Schlag zu. Im Hintergrund schon aufgebaut, das neue Vibraphon von Yamaha, YV-2030MS. Wir sehen es uns genauer an. Kommt mit! Auffällig die neue Designsprache von Yamaha. Geschwungene Rundungen, einteiliges Seitenteil, ganz anders als man das bisher von Yamaha kannte. Und nicht nur optisch, sondern auch funktional hat sich Yamaha einiges einfahren lassen. Zum Beispiel die Höhenverstellung. Funktioniert über eine Gasdruckfeder und einen einzelnen Hebel. Zum Verstellen nach unten drücken. Und wieder nach oben. Das Ganze funktioniert super super easy. Nächstes neue Feature, das Pedal. Kommt rum! Yamaha verzichtet auf eine Eisenstange. Stattdessen ein Nylonband. Das Nylonband ist 10.000 mal getestet auf Belastung. Sollte eigentlich funktionieren. Die Verstellung funktioniert ebenfalls sehr, sehr, sehr einfach. Ein kleiner Clip. Stufenlos verstellbar. Und wieder einlassen. Das Spielgefühl ist etwas anders, aber nicht schlechter. Also zwei Minuten Umstellung, dann funktioniert das Ganze tadellos. Kommen wir zur Dämpfeinheit. Der Dämpfer ist auch neu konzipiert. Er ist hier unten an zwei Punkten gelagert. Das bewirkt, dass das Pedal senkrecht nach oben geht. Und sowohl die chromatische als auch die atomische Reihe gleichzeitig und gleichmäßig dämpft. Sehr schlau gelöst. Die neue Steuereinheit Schlund VD 10 beinhaltet die gleichen Features, die man von Yamaha gewohnt ist. Ein Ausschalter, Geschwindigkeitsregler und der Quick Start Stop. Wichtig zu wissen, standardmäßig kommt dieses Vibraphon ohne Motor und ohne Steuereinheit. Yamaha bietet zwar auch das ganze Set als komplett mit Steuereinheit, mit Motor, mit Netzteil. Dann bei der Bestellung darauf achten, wirklich das Set zu bestellen. Erwähnen möchte ich noch das Zubehör. Ein paar Schläglis mit dabei und eine Staubhülle, die allerdings wirklich nur Schutz vor Staub bietet. Wenn jemand Schutz braucht für sein Instrument findet ihr eine passende Abdeckung bei uns auf www.softbags.com. Das war das Vibraphon Yamaha YV-2030MS in der Theorie und zum Schluss zu guter Letzt das Wichtigste. Wie klingt das Instrument? Das hören wir uns jetzt gleich an. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen, gebt mir gerne ein Like und bis zum nächsten Mal. Euer Andreas von Schlag zu. Die Bebe鈴 die Be murdered. Die Be nostalgicse ich auch nicht zu entdeckte. Den Be ruim